Massenhaft werden die echten und auch die vermeintlichen Feinde des Regimes festgenommen und in Lager gesteckt. Hier treten Checkerwachen ihren Dienst an. Neue Häftlinge wurden eingeliefert, offenbar Angehörige der Bourgeoisie. Abzählen Männer und Frauen, denen der Ernst ihrer Lage noch nicht ganz bewusst zu sein scheint. Diesen Filmbericht hat die Checker selbst hergestellt. Offenbar sollen die Gefangenen als Klassenfeinde deutlich zu erkennen sein. Von den Sammelstellen werden die Häftlinge, Männer und Frauen in die Lager gebracht. Bald gibt es viele solcher Lager. Sie werden nicht geheim gehalten. Das Wissen um ihre Existenz soll die Menschen einschüchtern und gefügig machen. Die Lagerinsassen werden zur Zwangsarbeit eingesetzt. Doch der Sozialismus ist solcher Art kaum aufzubauen. Lenin begreift, auch mit Gewalt und Unterdrückung wird es den Bolschewiken kaum gelingen, aus dem wirtschaftlich rückständigen Russland einen fortschrittlichen sozialistischen Staat zu machen. Eine sozialistische Gesellschaftsordnung kann laut Karl Marx überhaupt nur auf der Grundlage einer vom Kapitalismus bereits hochentwickelten Industrie und Produktion begründet werden. Diese breite industrielle Basis fehlt in Russland. Auch die dazugehörende breite proletarische Schicht. Hilfe für den Sowjetstaat kann es laut Lenin in diesem Moment nur von außen geben. Möglichst von benachbarten und wirtschaftlich starken Deutschland. Aber dazu müsste die Revolution auch in Deutschland stattfinden. Überhaupt. Ganz Europa, die Welt müssten von der Revolution erfasst werden. Lenin setzt auf diese Weltrevolution. Nicht zuletzt zur Rettung des Sowjetstaats. Und einen Moment lang scheint es, als wäre seine Hoffnung auch begründet. Im Oktober, November 1918, als der Erste Weltkrieg zu Ende geht, Deutschland und Österreich-Ungarn um Waffenstillstand ansuchen, kommt es in vielen Teilen Deutschlands und auch in Österreich und in Ungarn zu revolutionären Entwicklungen. Und einige davon setzen auf die Ablösung der Kaiserstaaten durch Räterepubliken nach sowjetischem Muster. Am 3. November 1918 meutern die Matrosen der deutschen Hochseeflotte in Kiel. Der Aufstand greift auf Hamburg, Bremen und Lübeck über. In München werden die Wittelsbacher gestürzt. Bayern wird zum Freistaat ausgerufen. Ein Arbeiter-, Bauern- und Soldatenrat wählt den unabhängigen Sozialdemokraten Kurt Eisner zum Ministerpräsidenten. Die revolutionäre Stimmung erfasst auch Berlin. Linke Sozialdemokraten unter der Führung Karl Liebknechts planen die Ausrufung einer Republik nach russischem Muster. Die Mehrheitssozialdemokraten aber sehen Deutschlands Zukunft in einer parlamentarischen Demokratie. In ihrem Namen ruft Philipp Scheidemann die Republik aus. Die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. Zur Beruhigung revolutionärer Elemente wird die Abdankung des Kaisers bekannt gegeben. Verfröht. Wilhelm dankt erst Wochen später ab. Karl Liebknecht, prominenter Führer der linken Sozialdemokraten, versucht noch eine andere Republik auszurufen. Vor dem Berliner Schloss erklärt er Deutschland zur freien Sozialistischen Republik. Liebknecht und die beiden Sozialistinnen, Clara Zetkin, links im Bild, und Rosa Luxemburg, gehören der linksradikalen Spartacus-Gruppe an, die für Revolution und Räterepublik eintritt. Liebknecht ruft nach einer Regierung der Arbeiter und Soldaten und erhält die Zustimmung seiner Anhänger. Doch das neue Deutschland wird von den gemäßigten Sozialdemokraten als parlamentarische Demokratie eingerichtet. Als Antwort versucht der Spartacus-Bund, die Revolution zu entfachen. Revolutionäre Matrosen hissen auf dem Brandenburger Tor die rote Fahne. Unter der Quadriga, dem bekannten vierspännigen Siegeswagen, bringen sie auch ein Maschinengewehr in Stellung. Die sozialdemokratische Regierung ruft Freikorps-Truppen zu Hilfe. Sie schlagen den Spartakus-Aufstand nieder. Seither werden die Sozialdemokraten von den Kommunisten des Verrats an der deutschen Revolution beschuldigt. Liebknecht und Rosa Luxemburg werden von Freikorps-Leuten ermordet. Es gibt einige hundert Tote und Verletzte. Hoch die Weltrevolution heißt es jetzt auch in Bayern, in München. Dort wird der Regierungschef der Sozialdemokrat Eisner ermordet. Kommunisten setzen sich an die Spitze der revolutionären Massen und rufen nach bolschewistischem Vorbild die Diktatur des Proletariats aus. Eine Zeit lang kann sich die bayerische Rätediktatur halten. Dann rücken auch in Bayern Freikorps-Truppen vor. Die Kämpfe dauern mehrere Tage. Dann ist die Räterepublik besiegt. Das Königreich wird nicht wiederhergestellt. Doch mit dem Einmarsch des Freikorps in München endet der Traum von der deutschen Revolution als Auftakt zur Weltrevolution. Auch in Wien kommt es zu einem Kräftemessen zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten. Es ist der 12. November 1918. Vor dem Parlament drängen sich die Menschen. Hoch die Republik rufen die einen. Hoch die Sozialistische Republik die anderen. Und meinen damit die Errichtung einer Räterepublik nach russischem Muster. Die Abgeordneten werden von beiden Seiten bedrängt. Dann ziehen bewaffnete Verbände auf. Eine rote Garde nach sowjetischem Vorbild. Aus der rot-weiß-roten Fahne werden die weißen Streifen herausgerissen, die roten Bahnen zusammengeknüpft und vor dem Parlament gehisst. Schüsse fallen. Panik bricht aus. Es gibt Tote und Verletzte. Doch die Republik verfügt schon über ihre eigene Ordnungstruppe, die Volkswehr. Sie schreitet ein und räumt die Parlamentsrampe. Anders in Budapest, in Ungarn. Auch hier gibt es eine starke revolutionäre Bewegung. Los von Habsburg heißt es. Und auch hier wird nach der Republik gerufen. Auf dem Platz vor dem Budapester Parlament wird am 16. November 1918 die Republik Ungarn ausgerufen. Eine Zigeunerkapelle spielt die Marseillaise. Auch hier hat zunächst die bürgerliche Revolution gesiegt. Doch dann kommt ein Mann frisch aus Sowjetrussland. Bela Kuhn. Als Kriegsgefangener in Russland ist er Kommunist geworden. Jetzt gründet er die Kommunistische Partei Ungarns. Und setzt zum Kampf gegen die bürgerliche Regierung an. Unfähig der Lage Herr zu werden, tritt diese zurück. Bela Kuhn, unterstützt von den Sozialdemokraten und unterstützt von den Roten Garten, ruft die Räterepublik aus. In Ungarn hat das Rätesystem gesiegt. Zumindest vorläufig. Vor dem Marx-Engels-Denkmal in Moskau spricht Lenin. Die revolutionären Prozesse in Europa betrachtet er als Auftakt zur Weltrevolution. Diese bleibt weiterhin seine Hoffnung. Ohne Weltrevolution, ohne Sieg der Revolution, vor allem in Deutschland, wäre Sowjetrussland verloren. Mithilfe der Revolution in den hochentwickelten Staaten des Westens werde es möglich sein, den Kommunismus auf der ganzen Welt zu verwirklichen. Und das sollen die Träger der Weltrevolution sein. Sie werden als Gäste Lenins in Moskau mit einer Parade begrüßt. Delegierte kommunistische Parteien und linker Gruppen aus vielen Ländern sind es, versammelt unter Lenins Vorsitz, um eine neue Internationale zu gründen. Die dritte Internationale. Ihr Ziel, die Weltrevolution. Revolution nach bolschewistischem Muster in jedem Land. Das Konzept ist umstritten. Der Österreicher Karl Steinhardt, hier im Bild, stellt sich hinter Lenin, sagt Ja zu einer Weltzentrale der Weltrevolution mit Sitz in Moskau. Einige widersprechen. Unter ihnen der deutsche Kommunist Hugo Eberlein, der hier ins Bild kommt. Doch Lenin setzt sich durch. Unter seinem Vorsitz wird am 6. März 1919 die dritte Internationale gegründet. Die Comintern, als Machtzentrum zur Revolutionierung der Welt. Die Delegierten treten die Heimreise an. Lenins Konzept, dem sie zugestimmt haben, wird sich als verhängnisvoll erweisen. Von jetzt an sitzen die Kommunisten aller Länder in einem Boot, das allein von Moskau gesteuert wird. Das muss zur Spaltung der internationalen Arbeiterbewegung führen. Otto Bauer, führender Sozialdemokrat jener Zeit, sieht das klar. Auch Bauer hat die Revolution in Russland als Kriegsgefangener miterlebt. Unter dem Pseudonym Heinrich Weber schreibt er im Kampforgan der österreichischen Sozialdemokraten, in dem Artikel, die Bolschewiki und wir, sie können sich nur behaupten, indem sie die ihnen feindliche Mehrheit niederhalten. Darum mussten sie Zeitungen unterdrücken, die Führer der gegnerischen Parteien einkerkern, die Konstituante auseinanderjagen. Und Otto Bauer zieht den Schluss, das russische Proletariat unternimmt den gewaltigen Versuch, den Sozialismus zu verwirklichen unter der Führung der Bolschewiki. Aber so unvermeidlich dieses Unternehmen ist, so gewiss muss es misslingen. Und Karl Kautzky, einer der großen marxistischen Theoretiker der Arbeiterbewegung, lehnt das bolschewistische Muster wegen dessen Gewalttätigkeit rundweg ab. Er schreibt, Keine Form des Kapitalismus macht die Arbeiter so absolut von ihm abhängig, wie ein zentralisierter Staatskapitalismus in einem Staat ohne funktionierende Demokratie. Und keine politische Polizei ist so mächtig und allgegenwärtig, wie die Tschecha oder GPU. Lenin bestreitet das nicht, aber er rechtfertigt die Gewalt. Der Klassenfeind ist auszuschalten. Nur unter dem Schutz der Gewalt könne eine klassenlose Gesellschaft entstehen. Lenins Mitkämpfer, Wladimir Boncz-Brujevic, mobilisiert dazu die Literaten und Künstler. Regisseure und Schauspieler demonstrieren für eine neue Funktion des Theaters. Es soll helfen, den neuen Menschen zu formen. Auf der Bühne und im Leben. Das Erziehungsprogramm wird feierlich verkündet. Unbedingter Glaube an ein höheres Ziel der Menschheit, den Kommunismus. Dieser Glaube aber ist umzusetzen in konkrete Arbeit. Arbeit im Kollektiv zum allgemeinen Wohl der neuen Gesellschaft. Feierlich versprechen die Künstler, sich in den Dienst der bolschewistischen Erziehungsarbeit zu stellen. Als erste konkrete Tat wird dem Analphabetentum in Russland der Kampf angesagt. Lernet lesen und schreiben. Der Analphabet ist wie ein Blinder.